Hi, ich bin Jan von Render That. Wir visualisieren Produkte auf Grundlage Ihres digitalen Zwillings. Das heißt, wir bringen Ihr Produkt in die digitale Welt und auf Grundlage dieses Abbildes schaffen wir spannende Marketinginhalte für Ihr Content Marketing. Aus diesem digitalen Zwilling lassen sich beispielsweise Virtual Reality Anwendungen erstellen. Wenn VR richtig umgesetzt wird, bietet es eine einmalige User Experience für Ihre Zielgruppe. Transportieren Sie Ihre Zielgruppe in die Welt Ihrer Marke und erschaffen Sie Erlebnisse, die anders kaum möglich gemacht werden können. Auch im Bereich Bildung oder Training kann VR einen sehr erfolgreichen Beitrag leisten, wenn es gut gemacht ist. Sie können beispielsweise Ihren Ingenieur in eine komplexe Trainingssituation setzen oder einen Chirurgen ein virtuelles Herz entnehmen lassen. Natürlich soll VR auch Spaß machen. Im Bereich Gaming, auf Messen oder Veranstaltungen ist es perfekt aufgehoben. Bringen Sie Ihre Zielgruppe von Ihrem Wohnzimmer in ein Konzertsaal oder Ihre Präsentation. Wir wollen Ihnen gerne mehr dazu erzählen. Besuchen Sie uns auf www.render.com und erzählen Sie uns von Ihren Ideen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017